Alter, Känguru ist... Oh mein fucking Jesus Gott Christen. Alter, Känguru ist... Oh mein fucking Jesus Gott Christen. Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Und zwar heute mit dem guten Niklas, der da hinten... Zuckerrohrblume. Ja. Nee, nee! Wie kann man sich denn eigentlich nur so nennen? Ihr seid komplett behindert. Der zweite Teil meines 500-Abo-Specials. Ja, da gebe ich dir allerdings recht. So, wir haben... Ich... Feier das gerade nicht mehr, ey. Probieren wir es einfach nochmal. Der zweite Teil meines 500-Abo-Specials. Und zwar... Ähm... Mit dem Niklas. Wie gesagt... Ja... Irgendwie... Irgendwann macht es keinen Spaß mehr, Leute. Ganz ehrlich. So, wir nehmen heute nicht den Blocker wie im letzten Video angekündigt. Tut mir leid. Aber ich... Werde das auf jeden Fall nochmal bringen. Es tut mir wirklich leid, dass wir den Blocker heute nicht nehmen. Aber heute spielen wir mit dem Kit Technica. Ähm... Er bekommt beim Töten eines Spielers ein Upgrade seiner Ausrüstung. Jedoch ist die Haltbarkeit schwächer. Ja... Wir haben eigentlich keine Ausrüstung. Allerdings verbessert sie sich jedes Mal, wenn wir jemanden schlagen. Beziehungsweise töten. Wie ihr hier drin lesen könnt. Ungeheuer ist so nur plus Bow Spam Taktik. Das stimmt. Bow Spam Kit. Tut mir leid. Einfach nur... Bow Spam. Ne, ist das nicht. Ja... Wie gesagt... Nur deswegen habe ich mir eigentlich einen Blocker geholt. Und äh... Naja... Man kann ihn eigentlich relativ gut nutzen. Allerdings wenn er Flamme auf dem Bogen hat, hat man genauso wenig Chancen wie normal auch. Und deswegen äh... Werden wir dieses Kit nicht nehmen. So... Wir haben uns auch entschlossen, dass Niklas und ich nicht Team werden. Sondern wir uns einfach mal auf getrennte Wege machen. Und... Allein durchs Leben gehen. Denn Team in Endergames ist eigentlich... Man muss schon sagen, es ist relativ unfair. Mann, die Tränke. Gut. Ich hab Tränke wenigstens. Okay, hier ist nichts. Ja, da hüpft das Gänger. Da hüpft's. Wir waren natürlich auch wieder direkt nebeneinander und haben uns alles aus dem... Truhen geklaut. Ein Tier. Oh ja. Ich hab nix. Ich hab einfach 3 Tötungstränke da hier. Direkt Schaden. Wow, Tötungstränke. Och ne, ungeheuer. Leute sollen wir uns dieses Kit kaufen oder nicht? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall länger dauern, da die Doppelcoins wie Gomez. Ja, das dürft ihr. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer fucking Ernst. Ich hab grad Holz abgebaut und ich hab nichts. Ja, ich weiß aber nicht wo du bist, das ist halt das Dumme. Du bist auch in die Wüste geront, ne? Ja. Äh, wen trackst du? Oh nein. Äh, Andrea Nalin. Ich auch jetzt. Oh. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin direkt vor 2-2-Win. Komm jetzt mach doch. Bau ab. Bitte. Eine Karotte. Wo bist du denn? Da bin ich. Mach mir mal bitte ein Schwert. Warte. Geh weg. Jetzt wär's ganz schnell gehen. Er ist einfach unter dich. Hier. Ey, die Schutzzeit ist beendet. Willst du mich eigentlich verarschen? Verarschen. Niklas, kämpf gegen ihn. Ich helf dir. Oh, ich bin verloren. Nein. Ja. Ja. Ja, mit mir. Mit mir. Mit mir. Dig, was lebst du noch? Ja, ganz knapp. Ganz, ganz fucking knapp. Los, wirft das Schwert einfach dahin. Bitte, 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 bitte. Wirft das Schwert! Das Schwert habe ich schon längst dahin geworfen. Wo denn? Warte, ey. Vielleicht liegt's hier noch. Ich hab's schon längst hinge... Da liegt's noch. Da liegt's doch. Egalo. Oh mein Gott sind die blöd hier. Wir hatten einfach gar keine... Ich hab zehn Eisen. Ich mach mir schnell einen Brustpanzer. Ich hab sechs. Ich hab sechs. Du hast sechs? Nein, ich bin so schlecht. Ja, das stimmt. Das war ein schlechter Witz. Wurde getauscht, wurde getauscht, wurde getauscht. Oh Gott! Und das war eigentlich easy, Alter. Nein, jetzt hab ich mir grad einen Brustpanzer gemacht. Jetzt bekomm ich nur einen zweiten. Hier, kannst du haben. Lol, Niklas, wir leben einfach beide noch. Lol! Ich hab ihn gerackt. Ich hab eine Bavan-Rüstung. Mann, jetzt lass mich ihn killen. Fuck, fuck, fuck. Ich hab selber noch ganz wenig HP. Ich auch, ich auch, ich auch. Das ist jetzt so, ne? Mö. Okay, dann lassen wir den einfach mal laufen, Leute. Ich lass ihn jetzt laufen. Wir haben so wenig HP eigentlich. Mein Gott, was war das für ein OP-Käste? Was war das für ein OP-Käste, Alter? Und was haben wir denn bitte für ein Lack, Junge? Hellenchen. Alter, Känguru ist... Oh mein fucking Jesus, Gott. Christ. Nicht Gott. Jesus, Alter, nice, ich bin voll Eisen. Und ein Diahelm. So. Boah, ich hab wieder Dings hier aktiviert. Wie heißt's? Shift. Brauchst du ein Eisen plus Panzer? Ja, bitte! Okay, wir haben uns leider wieder verloren. Loll hat einfach gar nichts. Ich wollte... Und ich werde getauscht mit der Prosti. Das war richtig fies. Komm schon. Jawoll, noch jemand. Ich bin voll dir. Jawoll. Jawoll, Alter. Ich hab dich getrackt. Ich hab dich getrackt. Nice. Ich kann dir ganz viele Sachen geben. Bitte, 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 bitte. Ich bin selber gerade hier rum. Also ich steh hier. Mein Schwert ist alle... Junge, mein Schwert hätte jederzeit alle gehen können, und ich hätte es nicht gemerkt. Komm. Schnell, bitte, bitte, bitte. Lass mir einen Apfel machen. Nein, keine goldene Kartoffel. Haben wir Pfeile? Nee. Doch, haben wir 20. Alter. So, kommen wir nicht. Wir leben tatsächlich beide noch. Komm, Ricardo. Da ist eine Tour. Wir müssen einfach nur noch vier Spiele töten. Ja, das wär auf jeden Fall sehr schön. Bist du das? Ja, das bist du. Ich bin das. Das gibt es nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Egal. Den hab ich. Den hab ich. Ja, aber ich... Ich bin scheiße. Ja, okay. Den muss ich kriegen. Komm, jetzt den krieg ich doch. Nein. Nein, 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 nein. Den krieg ich jetzt. Jawoll, ich hab das Ungeheuer gekillt. Was? Da bringt dir deinen Scheißbogen nichts. Ich hab das da bist du. Alter, nice. Oh Gott, zwei Leben. Oder drei. Oder vier. Ich weiß nicht. Wann mal hier. Ich hab hier noch Eisen. Ja, gib mir doch. Ach so, danke. Weg. So. Äh, weg. Das Gute ist jetzt halt, ich hab zwei OP-Äpfel. Hast du auch ein? Ja. Nein, ich hab gar keinen. Warte, ich geb dir noch ein. Dann sag ich auch nicht. Ich wurde getauscht, ich wurde getauscht, ich wurde getauscht. Hab noch einen Kill. Alter, One-Hit. Und mein, ah, mein OP-Äpfel-Spec, schade. One-Hit. Ich hab... Ne, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Deine... Hey, hier liegt einfach ein Brustpanzer rum. Ja, das ist meine. Ach, dann hebe ich ihn wieder auf. Ich hab ein Kratzer ins Wasser geschmissen. Ach, da ist mein Gold auf. Ja, das ist manchmal... Ne, bei mir ist, wenn ich getauscht werde, und die Kratzer in der Hand hab, dann ist er einfach wieder da. Ja, ja, der war eben einfach weg. Niklas, ich bin hinter dir. ALTER! Junge, weißt du, was du für ein Glück hattest, dass ich mit dir getauscht wurde? Jemand ist auf dich zugerannt. Und wollte stören. Warte, hier ist der Brustpanzer. Ach so, jetzt hast du es. Ich hab doch gut. Warte, ich werfe Müll, dann pass auf. Ja, genau, mach das mal. Hab ich gerade meinen Kompass? Ne, ich hab sieben. Alter, ich hab vier Kills. Eisen. Ach so, ich brauch kein Eisen. So, perfekt. Ich bin eigentlich... Eigentlich... sieht das ganz gut aus. Drei Spieler. Ich werd, glaub ich zuerst... Oh mein Gott. Ich glaub ich wird zuerst getauscht. Okay. Also, pass auf. Ja, hol du diese. Äh, ja. Das ist ja wirklich gerade dein fucking Ernst. Hol du diese. Ich hab noch vier Eisen gefunden. Hast du mal ein Opfel? Ein Opfel? Ein Opfel? Ja. Ne, grad nicht. Schade. Der hüpft da weg. Ich brauch mal hier, Werkbank. Und so. Ich hab ne Werkbank hier. Hm, cool. Was sind die Beine geschlagen, dermals? Ja. Komm, bitte werd getauscht, Ben Craft. Ne, ich wurde getauscht. Jetzt musst du eigentlich tauschen rein. Oh, scheiße. Ey, ich hoffe nicht. Stell nicht ans Wasser. Wenn ich gegen dir den Wasser kämpfen. Ich glaub, ich ess ihn jetzt. Ess ihn. Ja, ess ihn am besten. Oh mein Gott, Ricardo! Achtung! Oh, jetzt sieht er das mit Team. Jetzt rastet er bestimmt aus. Oh. Hups. Ja, Hups. Das ist so unfair, ne? Ach du Scheiß, ich bin gleich tode. Wie Kills musst du machen. Mein Schwert ist kaputt. Ich hab ihn. Oh, das gibt's nicht. So, jetzt bitte. Das wär jetzt unfair, Junge. Ja, das wär ziemlich unfair. Ja, okay, warte, warte, was brauchst du noch? Warte, ich mach mir kurz. Warte mal, warte, ich schreib mir mal kurz. So, brauchst du noch einen Diablus-Panzer? Äh, ne, ich bräuchte ne Diahose. Toll. Ich hab noch zwei Diahs. Warte, ich such kurz Diahs. Hast du mal einen Apfel für mich, bitte? Ja, hier, ich hab sieben Äpfel. Gut. Warte. Du kriegst alles außer die Diahs. Gibt's nicht. Ach, hier, Fleisch. Nee. Warte, ach ja. Wolltest du hier haben. Warte. Hier. Danke. Ist okay. Aber jetzt wirklich nicht fünf Stunden equipen. Nein, nein, ich will mir nur kurz eine Diahose machen, damit's... Uiuiuiui. Ich hab jetzt richtig viel falsch anbekommen. Warte mal. Wurde dir jetzt ernsthaft weggeportet? Nee, ist nicht klar. Das ist grad zwar ziemlich unfair, oh mein Gott. Ja, irgendwie schon. Ich such kurz Kisten. Hast du jetzt nen Bogen? Was? Nee, noch nicht. Warte, ich hab hier doch nen Bogen irgendwo gehabt. Ich will keinen Bogen. Ich will die aus. Dann kämpf ich mit Bogen, okay? Was? Obwohl, nee, ich... Ach, Bogen ist irgendwie doch scheiße. Niklas, jetzt mach aber hinne. Ja komm, wir machen einfach nen schönen PvP-Kampf. Du, dann werf ich mal meinen Bogen weg. Ich werde eh weggewreckt, aber mein Gott. Ja, das ist... Ich glaub... Ach, nein. LOL, ich hab grad mein Dierschwert gedrobt und es wurde noch mit zu mir teleportiert. Das hätt ich auch gern genommen. Ja. Vier Diers. Ach, ein Diers fehlt mir. Hi. Diers war genau in der Kiste, bevor sie sich weggeportet hat. Oh, warte, hier ist auch noch ne Kiste. 5 Gold, ja. Toll. Ich nehm jetzt aber nicht meinen Bogen auf. Wo liegt denn der Bogen? Ja, nein. Nein, Späßchen. Hey, der... Ach, hier, hier. Warte, hier, was ist hier drinne? XP-Flaschen. Niklas, sagst du's bitte bald. Ja, ich brauch noch ein kurzes Momentchen. Dann hab ich mein... Uiuiuiui. Kann's sein, dass man irgendwie keinen Fallschaden mehr kriegt? Ich weiß es nicht. Also, ich denk mal schon. Warte mal. Ich bin schon zweimal von Tauern geflogen und hab keinen Fallschaden gekriegt. Ah! Ich brenne! Komm, mach jetzt hin, der Junge! Ja, ich brauch nur noch ein Tier! Ja! Ja, dann findest du innerhalb von einer Stunde vielleicht. Ich hab jetzt eben vier Tieres gefunden. Wo bist du denn? Hier doch nicht so weit weg. Immer noch bei unserem Platz. Ach, da. Ja, hier war ne Kiste bei mir, wo ich hingeboten wurde. Ich hab da vorne gesehen. Irgendwo in der Nähe, glaube ich. Da, meine Kiste? So, jetzt beeile dich. Da ist immer noch kein... Weiß was? Wie mach ich mir das hier? So. Hier ist auch keine Kiste. Ach, Niklas, komm jetzt einfach! Boah, dann hab ich noch ein Tier! Und? Bitte! Ach, da ist ein Zaubertisch gesporen! Bist du voll verzaubert? Willst du mich verarschen? Ja, bin ich. Oh, da sind... Ah, in dir! Hä? Hä, wo bin ich denn? Ach so. Ach, wieso nehm ich eigentlich Pfeile mit? So, bist du bereit jetzt? Warte, ich lass mich denn noch verkraften! Und dann soll zieh ich kurz mein Inventar. Nicht aus, nur was in meiner Hotkey kommt, ja. Das Erz hat voll verzaubert. Willst du mich nicht verarschen? Nee, das darf ich ja nicht verwenden. So. Hier ist die ganze Zeit ne Kiste, wo ein Diamant drin war. Hm. Na gut. Ein Diamant, ja. Ja, den brauch ich jetzt nicht mehr. Los, jetzt mach hin, Mann! Warte. Bis jetzt ready. Warte. Hier zu ne Battlen. Oh. Hier. Joa, goll. Komm jetzt! Ich bin ready. Okay. Fertig, ja, wirklich? Ich bin genau jetzt bereit. 3, 2, 1, los. Ach nein! Bist du vergiftet? Nein! Nein! Oh mein Gott! Da fliegt er einfach! Da fliegt er einfach! Ich bin gerade geflogen! Oh mein Gott! Du hast irgendwie keine... Oh Gott, das wollte ich grad sagen, du hast keine Chance mich zu hitten! Nein! Nein! Oh nein! Oh nein, 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 nein! Nein! Niklas! Niklas! Nein! Es ist unfair! Es ist unfair! Nein! Nein! Mein Schwert ist einfach kaputt! Das Schwert ist eigentlich gar nicht richtig! Ich hatte zwei Schwerter! Ich hatte zwei Schwerter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja geil! Wie viele Kills hab ich denn Runde 4, oder? Ich hab den Boden verdient! Oh! Voll! Dann hüpft er einfach fünf Kilometer weg und heilt sich nochmal! Wie ist alles drin an diesem Kick? Ja! Voll toll! Das ist dann... Guck, ich musste auch noch meinen Slot mittendrin wechseln, mehrmals! Dann bist du nochmal weggegangen! Gab's gesehen! Oh, scheiße! Dann bist du einfach da! Ja gut, egal! Gut, ich hoffe, der zweite Teil des 500-Abo-Specials hat euch gefallen! Wie hat der nicht gefallen? Ich hab ihn gehasst! Gut, dann bewertet den Part! Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute! Haut rein! Und... Tschüss! Tschüssi! Nee! Das ist nicht möglich!